5G total verstrahlt. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Wir gehen jetzt in die miese Recherche rein und zwar heißt das Video Kurzversion. 5G total verstrahlt. Dr. Med Joachim Mutter. Wir gehen in die 5G Recherche rein und ziehen natürlich jetzt an der Stelle schon mal die Aluhüte auf und sind gespannt, was hier passiert. Lasst einen Daumen nach oben, da schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal. Ich würde sagen, es geht los. Und ja, los geht's, Digi. Aus der Forschung liegen unterschiedlich gut abgesichert unterschiedlich gut Schweizer Beobachtungen vor, wonach es noch andere biologische Effekte gibt, die nicht auf eine Erwerbung zurückgefährt werden können. Nach wissenschaftlichen Kriterien ausreichend nachgewiesen ist eine Beeinflussung der Hirnströmung. Begrenzte Evidenz besteht für eine Beeinflussung der Durchblutung des Gehirns, für eine Beeinträchtigung der Spermienqualität. What the fuck? Bundesamt für Umwelt, Mobilfunk und Strahlung. Aufbau der 5G-Netz in der Schweiz 17.04.2019, Digga. Also Einfluss auf fucking Hirnströme, Durchblutung des Gehirns, Spermienqualität. Was? Nein. Wie jetzt? Lass meine Sperma in Ruhe. Scheiß aufs Gehirn, Digga. Aber wenigstens die Sperma sollen funktionieren. Die Spermien, na Mann. Sowie für Auswirkungen auf die Expression von Genen, den programmierten Zelltod und oxidativen Zellstress. Warum lachen die? Die haben 5G eingeführt, nur zum Sagen. Und das ist aktuell, 17.14.19. Wie kamen die Grenzwerte zustande und was sagen die Insider? Es gibt die ICNIRP. Das ist sozusagen ein privater Verein. International Commission of Non-Universalian Radiation Protection. Sein Englisch ist Baba. Und die haben gesagt, wir machen jetzt einen Grenzwert. Und der 92-jährige Werner Hemmschenberg hat gesagt, der einzige Wert, den wir noch an unsere zukünftigen Generationen weitergeben, ist der Grenzwert. Wobei, ich bezweifle. Der war gut, Digga. Nach den Daten, ob es noch zukünftige Generationen gibt, weil, also die machen folgendes. Die nehmen eine menschliche Leiche, oder genauer gesagt, machen sie nicht mal das, sondern sie nehmen einfach eine wassergefüllte Puppe, 70 Kilo oder so, die wird dann 30 Minuten lang bestrahlt, und zwar mit Hochfrequenzstrahlung, also mit Funkstrahlung, und dann darf das Wasser sich um 1 Grad erwärmen. In 30 Minuten. Daraus wird der Grenzwert abgeleitet. Punkt. Das war's. Und das glaubt dann die... Ich sag euch ehrlich, ne? Grenzwert für Mikrowellen. Diese ganze Strahlung, die um uns herum abgeht, die hat definitiv eine Auswirkung auf unseren Körper. Auf unseren Mind, auf unsere Funktionsart und Weise als Mensch. Das ist aber auch logisch. Frequenz und Schwingungen haben einen Einfluss auf unseren menschlichen Körper. Und auf Dinge, die in unserem Körper passieren. Da ist es nicht mehr abzusprechen, so weißt du. Und deswegen bin ich überzeugt davon, umso intensiver die Strahlungen werden, mit denen wir beeinflusst werden, umso mehr Effekt haben die auch auf den menschlichen Körper im Endeffekt. Und das merkst du hier in Mexiko zum Beispiel, wenn Stromausfall stattfindet, wie dein Körper runterfährt. Das ist krass. Also ich hab hier schon mal zwei, drei Tage ohne Strom gelebt und du hast einen körperlichen Effekt. Du spürst das. Du merkst, dass es gerade keine Strahlung gibt. Weißt du? Und ja. Deswegen bin ich zum Beispiel einer, der auch, wenn er schlafen geht, zum Beispiel meinen Router, WLAN-Router, aus der Steckdose rauszieht und alle anderen Sachen aus den Steckdosen rauszieht, damit diese Strahlung nicht mehr durch mich durchgeht so. Wenigstens nicht mehr so extrem. Schönen Flugmodus an und Penn. Frau Merkel auch, weil die hat nämlich 1996 als Umweltministerin sozusagen diese Grenzwerte in Deutschland sozusagen zum Gesetz gemacht. Damals unter Kohl. Und das Interessante ist, dass selbst die IGNIRP, also dieser Verein, der praktisch einen Staat hat, IGNIRP. Das hat wie einen Trachtenverein, wie der Hintertupfinger Fußballklub und so. Einer sagt, Samsung-Handys haben die niedrigste Strahlung. Aha. Dass die auch im gleichen Gebäude wie das Bundesamt für Strahlenschutz angeordnet ist oder gelegen ist und auch die Telefonbetrung und die Anmeldung und so weiter teilt. Das weiß ich nicht. Achso. Und das ist ja ein privater Verein. Sie dürfen nur da Mitglied werden, wenn Sie im Prinzip irgendwo Mobilfunkfunktionär sind. Punkt. Auch. Allerdings der hier, der hat auch was mit Mobilfunk zu tun. Das ist ja noch Bill Gates. Mag ich nicht. Und der sagt, dass seine Kinder keinerlei Mobilfunk und übrigens auch keine elektronischen Medien benutzen durften, bis sie 14 waren. Von wegen Digitalpakt. Und da... Und deine Kinder sind bestimmt auch nicht geimpft bei Jutsda. Da bin ich mir fast sicher. Und darf auch kein 5G eingeführt werden auf eine Insel vor Florida. Nur zum Sagen. Da wieder, Bill Gates revealed safe minimum age for kids to get a smartphone. Das sind seine Kids hier. Ganz schön. Da macht er schöne Wanderung, gell? Da macht er schöne Wanderung, gell? Will man auch gern sein mal. Aber, was letztes Jahr zum Beispiel hier publiziert wurde in Daily Mail, das ist in England, immerhin, vor dem Brexit. Brexit. Das ist der geilste. Und zwar sagen sie, die Top-Mobilfunkfirmen hier sagen ihren Aktionären, dass ihr Produkt eigentlich Krebsrisiko hat, während sie das nicht ihren Kunden sagen. Sie warnen ihre Shareholders, dass sie eben, dass es eben einen Link zu Cancer gibt und zwei, und dass es eben Gewinnwarnung ist. Gewinnwarnung. Sagen die eigenen Firmen. Und wir hatten Speedport, Telekom-Router. Das ist Handbuch, Betriebshandbuch. Ich habe es mal einem Telekom-Techniker gesagt, der hat es nicht glauben können, aber dann hat er es geglaubt. Auf Seite 21 steht folgendes. Funksignale. Die integrierten Antennen, also das ist ein WLAN-Router, nur zum Sagen. Jetzt sind wir beim WLAN-Router, Digi. Passt auf jetzt, Freunde. Die integrierten Antennen ihres Speedport senden und empfangen Funksignale für die Bereitstellung ihres WLAN. Vermeiden sie das Aufstellen ihres Speedport in unmittelbarer Nähe zu Schlaf-, Kinder- und Aufenthaltsräume, um die Leistung durch elektromagnetische Felder so gering wie möglich zu halten. So. Das ist denen schon bewusst, weißt du, wie ich meine? Zieht den raus. Ich sage euch, wenn ihr schlafen geht, zieht den raus. Egal, wo der steht, zieht den aus der Steckdose raus. Der soll nicht aktiv sein. Übersetzt heißt es, sie dürfen den Speedport nicht aufstellen in der Nähe von Personen. Punkt. Was ist jetzt Nähe? Das ist jetzt die Frage, Digga, was ist Nähe? Was ich ins Haus ausstelle? In den USA läuft momentan der größte Prozess im Umweltschatzungsrecht, was es bisher gegeben hat, was praktisch die Zigarettenindustrie komplett überholt hat und zwar schon in zweiter Instanz, soweit ich weiß. Da weißt du wahrscheinlich mehr. Jedenfalls ist der Anklagepunkt folgendes. Die an der drahtlosen Kommunikation beteiligten Firmen haben offenkundig die Sicherheit der Produkte falsch dargestellt, um den Endverbraucher hinters Licht zu führen, damit er Produkte kauft, die zu lebensbedrohlichen Krankheiten geführt haben, die ihn für den Rest seines Lebens behindern. Wow. USA, Prozess von Gehirntumor erkrankte, von Gehirntumor erkrankte gegen die gesamte Mobilfunkindustrie. Da empfehle ich auch die zugehörigen Filme, Kinofilm, Thank You for Calling und auch eine neuere Thank You for Calling, Na Mann. Fakten check Mobilfunk. Wenn ich Zeit habe, bring ich es noch. Hier in England gibt es Was ist mit Bluetooth im Ohr? Also ich sage dir ehrlich, diese AirPod-Dinger sollen auch nicht so gesund sein. Vor allen Dingen, weil die sich miteinander connecten. Weißt du, wie ich meine? Und wenn du zwei Airpods drin hast, dann geht das Signal quasi direkt durch dein Gehirn durch. Ich weiß, ich mag die Dinger, aber es ist eigentlich nicht, äh, ja, keine gute Sache. In der Klagewelle schon hier zum Beispiel einer, das ist sozusagen die Bild-Zeitung. Leon, das passiert aber meistens Menschen, äh, die schon krank sind und kein intaktes Immunsystem mehr haben. Was meinst du? Was meinst du damit gerade? Dass die davon Effekte spüren? Ja, aber das ist ja, das schließt ja nicht aus, dass auch ein gesunder Mensch Effekte von der Strahlung, also dass sein Körper auf jeden Fall Effekte spürt von dieser Strahlung. Vielleicht kann er damit umgehen, ja, vielleicht stirbt er nicht oder kriegt keinen Tumor, ja, aber trotzdem hat es einen negativen Effekt auf deinen Körper und keine gute Auswirkung. Deswegen müssen wir halt gucken, dass wir halt uns nicht den ganzen Tag mit irgendwelchen technischen Geräten und am Ohr und dann wird's heiß und dann WLAN und Airpods und überall wenigstens ein bisschen Strahlungs-Detox machen mal so, weißt du? Mal ohne Handy rausgehen, mal barfuß, mal über Gras ein bisschen laufen, mit der Erde connecten, Ladungen loswerden und so, ein bisschen gegenarbeiten, weißt du? Der Engländer, weil nur in der, also, ich müsste eigentlich nur Bild-Zeitung zeigen, weil die meisten Leute glauben ja nur der Bild-Zeitung. Aber jetzt hier schreiben, der Mann, der ist mittlerweile tot, also die Angehörigen klagen jetzt weiter, der hat praktisch auf der Seite, wo er mit seinem Nokia-Telefon immer brav telefoniert hat, natürlich einen Hirntumor bekommen, einen Glioplastom, kein guter Tumor, weil der führt in der Regel zu 100% zum Tod und der will eben jetzt, also der nimmer, aber seine Frau, eine Million Pfund von dem Hersteller des Mobilfunkgerätes. Und so sieht übrigens eine 5G-Antenne aus, ich glaube, Sie haben ja da schon, ich glaube, schon die Technik haben Sie schon durchgemacht, oder? Hat der Unterschied halt zu den Antennen, die wir jetzt haben, wir haben ja praktisch momentan 3-Sektoren-Antennen, das heißt in 120 Grad wie ein Stern angeordnet und die strahlen praktisch in 3 Richtungen ab, jeweils einen Beam, bei denen wird es nämlich lustiger, die haben je nachdem 64 Beams pro Sektor bis zu 118, je nachher. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, Digga, diese 5G-Einführung war ja so ungefähr parallel auch mit der Corona-Pandemie-Zeit. Vielleicht hat das beides Auswirkungen gehabt auf die Gesellschaft, dass wir jetzt so kaputt sind und crazy und nicht mal mehr wissen, was ein Geschlecht ist und so. Meint ihr, das könnte miteinander zusammenhängen? Da ziehe ich mir jetzt gerne den Aluhut auch an und stelle Theorien auf, wenn ich das so sagen darf. Mal kurz checken, wer der Cousin ist hier auch. Was macht der denn? Doktor arbeitet nach Ausbildung und Tätigkeit als Energie, Geräte-Elektronika, nachträglichem Abitur und Medizinstudium. Ach krass, also der hat auf jeden Fall Ahnung von dieser Energie-Geschichte und ist auch ein Medizinstudent oder einer, der Medizin studiert hat. Das ist jetzt von Ericsson hier, ein Hersteller. Kann sein, alle durcheinander im Kopf jetzt, mäßig. Dings und Sie sehen hier auch Glaube, irgendwann gewöhnt sich der Körper dran. Möglich. Strahlenleistung, also in 25 Meter. Ob das trotzdem gesund ist, ist halt eine andere Frage. Haben Sie immer noch sozusagen 61 Volt? Und der Narrativ sagt es gut, safe. Und wir sind auch die Langzeitstudie. pro Meter, was ziemlich viel ist, ehrlich gesagt. Und in der roten Zolle, wo Sie sagen, Workers, da dürfen nur Arbeiter sichern, das sind 120, das Doppelte. Und da strahlen die praktisch nicht nur mit einem Beam, sondern sie haben 64 oder noch mehr. Und das Interessante ist, diese Grenzwertumlegung in der Schweiz war es so, dass sie eigentlich von diesem, normal hat man ja nur ein Beam bei den bisherigen von 2G bis 4G und jetzt hat man halt 64 und jetzt haben sie um den Grenzwert sozusagen zu umgehen, weil der wurde schon zweimal abgelehnt, dass man den erhöht, haben die gesagt, okay, wir nehmen nur ein Beam von diesen 64 und sagen, da ist der Grenzwert. Das Geile ist, ich glaube, hier gibt es gar kein 5G in Mexiko. Also ich habe maximal 4G auf jeden Fall am Start. Ich glaube, diese hohe Strahlung macht krank auf Dauer. Ich glaube auch, dass sie definitiv einen Effekt auf deinen Körper hat. Und dass das nicht natürlich ist, weißt du? Dass das Ganze natürlich mal 64 ist, haben sie denn unterschlagen. Naja, und ganz neu, die Swiss Re, also die hat schon 2014 den Mobilfunk in das höchste Risikopotenzial, also nicht versicherbar, eingestuft, aber ganz neu jetzt auch eben 5G gewarnt und versichert eben nicht. Das können sie auf Swiss Re selber sogar angucken. Einer sagt, was ist heutzutage natürlich? Kommt drauf an, wo du lebst halt, ne? Also wie gesagt, es gibt Länder noch, Orte auf der Welt, wo die Leute noch relativ natürlich leben. Also mehr natürlich als wir auf jeden Fall. Ich meine, wenn du in einer Großstadt in Deutschland lebst, da hast du halt nicht mehr viel mit Natürlichkeit zu tun. Du läufst nicht mehr barfuß rum, du siehst nicht mehr viel von der Natur, alles ist zu geflastert quasi, große, viereckige Gebäude, keine Vibes, überall Strahlung, Schmock. Ja, safe. Lebst du aber irgendwo in einem kleinen Dorf am Meer, da hast du schon noch relativ viel Natürlichkeit. Also ja, wir haben da ja auch selber Entscheidungskraft, auch wenn wir wirklich wollen, können wir ja auch was verändern in unserem persönlichen Leben. Und in den USA gibt es natürlich auch Proteste gegen 5G, das war auch ziemlich akut jetzt. Da gibt es auch Bewegung. Proteste, wie ich jo. 5G. Jetzt kommen wir nochmal zur guten Schweiz, weil da war in der NZZ, also eine neuere, zwölere Zeitung, das ist sowas wie die Frankfurter Allgemeine. LTE ist 5G, oder? Ne, ist 4G, ne? 4G plus, ja, ja. 5G, da steht wirklich 5G. Eine habe ich gehört, also im Prinzip so wie die Bild-Zeitung, nur halt längere Sätze und verschachtelt und so. Aber, ja. So wie die Bild-Zeitung, nur längere Sätze und verschachtelt und so, Digga. Kurzer Front, Digga. Seid nie drin, man. Naja, auf jeden Fall haben die den gesagt, Schwärmigenqualität von Schweizer Männern und das waren Junge, nämlich 18 bis 22. Ne, Bruder, habe ich keinen Bock drauf. Wertpflichtige ist besorgungserregend. Der Samen von 6, von 10 jungen Männern erreicht die Normwerte nicht. Das dürfte... Die Jungs innen sind alle unfruchtbar mäßig, oder was? Deswegen bla bla bla. Die Originalstudie ist dann das hier, das war ein Genfer Wissenschaftler, sehr gut publiziert, Andrology. Und tatsächlich, und die haben wirklich eine sehr gute Studie gemacht. Das ist crazy, ja. Also ich weiß, dass meine Spermigenqualität auf jeden Fall am Start ist. Ja, ich habe eine gute Quote, aber das ist krass, dass diese Strahlung wirklich einen Effekt auf deine Spermigenqualität hat, ist schon echt crazy. Crazy. ...weilweise haben sie gefragt, wie viele Handys die als Kind hatten in der Hosentasche und auch nicht, wie oft sie geimpft worden sind, aber schlussendlich haben... ...eben 6 von 10 jungen Männern sind sozusagen nicht mehr richtig fertil. Und... Das ist krass. ...wird schon früher gebracht. Hat das auch eine Auswirkung auf deine Männlichkeit oder dein Testosteronlevel oder so? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Weißt du? Aber würde für mich Sinn machen, wenn deine Spermigen nicht mehr so stabil sind, dass du selber auch nicht mehr so stabil bist, weißt du? Und vielleicht ist das auch zurückzuführen darauf, dass wir kaum noch Kinder kriegen, weil die Jungs innen gar keine... Ja, gar keine Qualität mehr da reinhauen überhaupt, dass ein Kind entstehen kann. Um das jetzt mal so auszudrücken. Die Pille für den Mann nach Angaben der Behörden ohne Nebenwirkung, rezeptfrei und oft sogar gratis. Also ich kriege jetzt so nachgeschmissen. Das Handy, das Sensation für Hütungsmittel, die Frau bekommt Kopfschmerzen, der Mann wird steril und wird... Geil. Das Handy, das Sensation für Hütungsmittel, die Frau bekommt Kopfschmerzen, der Mann wird steril. ...Kinder so aus finanzieller Sicht nicht mehr leisten. Naja. Aber so, es ist halt so, es ist im Prinzip Bilderscheinung aktenkundig, also schon 2002, 2004, 2006, Mittragen eines Handys schon im Standby-Betrieb verringert innerhalb von fünf Tagen die Fortbeflanzungsfähigkeit von gesunden Männern um 30 Prozent. Was? Und jetzt gehen wir... Warte mal, den kennen wir doch auch, Digga, hier. Den kenne ich. ... ... ... Das ist ganz neu. Den kenne ich, Digga. Ah, von dem gibt es auch einen Vortrag, den ich mir noch reinziehen wollte. Von Prof. Dr. Dr. Spitzer, das war damals der jüngste Chefprofessor, den es jemals gegeben hat, mit 27 Chef der Universität Ulm. Wild. ... im Psychiatrie und einer der besten Hirnforscher meines Wissens. Ja, Digga, da habe ich einen Vortrag noch, den ich mir noch geben will. Manfred Spitzer, Millionen Tote weltweit, die Smartphone-Epidemie, der ist eigentlich ein Hirnforscher, der hat mit der Strahlung noch gar nicht viel zu tun, aber trotzdem hat er ja ein Buch rausgebracht. Der hat auch so ein, also ich glaube, in dem Vortrag hat er auch, redet er viel darüber, was so die Beeinflussung von Musik zum Beispiel auf Gehirnaktivitäten hat und so. Sehr interessant. Wenn ich kritisiere, dass die Zahl der Toten durch Smartphones weit größer ist als etwa die der Lungenkrebsopfer durch Rauchen, dann ernte ich Ungläubigkeit bis Empörung. Dabei ist das gut belegbar. Also schlimmer wie Rauchen. Krass. Schwan. Was machen jetzt, Digi? Und jetzt nochmal zum Hirn, weil das ist immer jetzt beim Hirnforscher gewesen. Reicht das, wenn ich mein Handy in Alufolie einwickele? So wie mein Kopf manchmal? Das war ein Fokus, gibt es eine Studie dazu, das war aus Dänemark und zwar eine sehr gute Studie auch wieder. Da werden immer die Wehrpflichtigen, wenn sie eingezogen werden, praktisch untersucht auf Intelligenz und seit 1998 bei den 18-Jährigen fällt sozusagen die Intelligenz um zwei IQ-Punkte pro zehn Jahre. Sage ich doch. Sage ich doch. Das heißt. So, 1998 zwei IQ-Punkte pro zehn Jahre. Jetzt sind wir da angekommen, dass die Jungs nicht mehr sagen können, dass es nur noch zwei, dass es nur zwei Geschlechter gibt. So, unser Gehirn wird quasi frittiert mit der Zeit. Haben aber die, die, wo jetzt sozusagen fünf sind noch gar nicht drin, das wird noch massiv. Alu-Schlüpper und Alu-Hut bringe ich auf den Markt nächstes Jahr. Zunehmen jetzt. Deutscher Ärztetag, das war jetzt ganz aktuell. Da ging bis zum 31. 5. Und da haben zwei Es reicht 20 Minuten TikTok am Tag. Das kommt noch dazu. Uns bekannte Referenten praktisch einen Antrag reingebracht, einen Beslusseintrag im Deutschen Ärztetag in Münster und zwar Prüfung der Gefahren vor dem flächendeckenden Ausbau des 5G. Das haben wir jetzt hier. Die medizinisch-biologische Bewertung von elektromagnetischen Feldern wird weiterhin wissenschaftlich kontrovers diskutiert. Gleichwohl haben die Expertenausschuss der Internationalen Krebsagentur aufgrund neuer Studien eine Höherbewertung seiner bisherigen Einstufung, nämlich möglicherweise krebserregend seit 2011, auf krebserregend angeregt, also sicher in Stufe 1, Es geht dabei auch um den Streit, wie viel an elektromagnetischer Strahlung eine Gesellschaft aus industriepolitischen Gründen heraus ertragen muss. Die österreichische Ärztekammer ist natürlich weit. Die österreichische Schrift. Die österreichische Ärztekammer ist natürlich weiter. Die sagen schon, nehmen wir ein Handy, das ist gefährlich und geben auch zehn medizinische Handyregeln raus. Die sagen bloß kein Handy. Und die offizielle Warnung hat die deutsche Ärztekammer 2002 schon gemacht, aber die haben sie wieder in Rückgröderung gemacht, Europäische Umweltagentur. Die WHO hat es eben als potenziell krebserregend eingestuft. Und der Europarat auch, russische Strahlungskommission, aber das glaubt man ja nicht, Europaparlament. Ich glaube, es gibt schon so Strahlenschutzkleidung halt extrem teuer. Digga, soll ich deinen ganzen Tag mit Strahlenschutzkleidung rumlaufen, oder was? Das haben doch die Jungs innen auch während Corona angezogen, ne? Hab ich einige Leute gesehen auf jeden Fall. Mit so Anzügen, Bro. Ab in den Dschungel einfach. Das ist praktisch so eine Unterart von der WHO, die braucht sozusagen Krebs. Ich glaube, hier in Tulum gibt es kein 5G. Ist da 5G-Coverage in Mexiko? By the end of the operators, 5G-Network around 100 cities in Mexiko. But I don't think it's here in Tulum, Bro. 5G-Coverage Map in Tulum. Select a career. Ah. Was ist das? 5G, 5G ist lila, Digga. Guck mal hier. 5G ist lila. Gibt's nicht. Hier gibt's nur 4G und 4G Plus. Lila gibt's hier gar nicht. Das ist in Cancun. Ja, hier, guck mal hier. Puerto Aventuras. Ich glaube, in Cancun auch safe. Ja, hier. Playa del Carmen auch. Aber in Tulum nicht. Geil. Hier sind wir in Tulum. hier gibt's kein 5G, Bro. Nicht mit Telcel. Ich guck mal mit anderen Providern. Nein. Movistar auch nicht. AT&T auch nicht. So, ich bin safe auf jeden Fall. 5G safe. Meine Schwimmer sind auch immer noch stabil. Mädels, wisst ihr Bescheid. Einstufungen vornimmt, hat gesagt, alle Evidenz ist erfüllt. Krebs in Menschen, Krebs in Tieren und eben die biologischen Daten sind auch klar. Man weiß, wie es funktioniert. Das heißt, alle sind erfüllt. Es muss praktisch in Gruppe 1, also Funk, eingestuft werden als sicher krebserregend für Humans, also für Menschen. Leon, auch wenn es in Tulum 4G gibt, bist du von Natur umgeben und der Boden ist nicht komplett versiegelt wie in europäischen Städten. Du erdest dich, sobald du barfuß auf dem Strand läufst und diese Strahlen können dir nicht viel ausrichten. Ja, hast du in Mexiko Kontakt zu Indigenen? Gibt es nicht mehr so viele, Bro? Die Italiener sind da weiter, die haben auch besseres Gerichtssystem, also Justizsystem in Italien ist deutlich besser wie in Deutschland gibt es noch eine Rangliste von Transparency International und tatsächlich ist es so, dass es da schon fünf Urteile gegeben hat, fünf Urteile in Italien, wo Hirnkrebspatienten Recht bekommen haben, dass ihr Hirnkrebs nämlich durch Handy verursacht wurde. Tatsächlich ist es so, dass man, wenn man die Krebsstatistiken zum Beispiel Schweden hat, eine schöne von 2087 bis 2014 anschaut, sehen sie das eben so ab 2000 mit Einführung des digitalen Funks, Kommunikationsfunks sozusagen die Zungen-Halskrebs und Schilddrüsenkrebs sozusagen zunehmen. Heute haben Babys 5G-Handys in der Hand. Einfach traurig. Schön bewusst sein. Das ist eigentlich das, was ich hiermit erreichen will auch. Das ist ein Arzt, der kennt sich auf jeden Fall aus und der ist auch in diesem Energiethema halt voll drin und das soll uns einfach mehr bewusst machen, dass diese ganzen Sachen Strahlungen haben und auf uns einen Effekt haben und dass wir gerade bei Kids gucken sollten, dass wir die so lange wie möglich davon fernhalten in der Entwicklungsphase und selbst auch die Dinger nicht immer zu nah an unseren Körper ranlassen und da einfach bewusst mit umgehen und versuchen uns zu erden, wie der eine Cousin hier auch im Chat gesagt hat. Mal rausgehen, barfuß, mal Strahlungen loswerden. Das hat Ihnen die Bindesregelung nicht gesagt und hier, wenn Sie da die blödschen Tumore im Hirn angucken, die Glioplastome, Grad 4, also das sind ganz üble, da sterben Sie zu 100% im Endeffekt, dann sehen Sie, dass seit 95 im Endeffekt das total zunehmend, vor allen Dingen da, wo Sie mit dem Handy telefonieren, andere Hirnregionen interessanterweise nicht, aber genau da, wo praktisch das Handy dran ist. Krass. Ja und da gibt es natürlich jetzt viele Studien dazu, zum Beispiel Professor Leonard Hardell ist wahrscheinlich der Größte, der findet eben bei verschiedenen Studien ein 7,7-fach erhöhtes Krebsrisiko für viele Telefonierer und interessant ist zum Beispiel das hier, das ist publiziert 2013, das waren junge Frauen, 21 bis 39 Jahre alt, hatten alle Krebs, also praktisch Brustkrebs, Brustkrebs nimmt ja auch zu, übrigens bei Männern auch, bei Männern nimmt Brustkrebs total zu, meine Frau ist eine Gynäkologin, die behandelt mittlerweile Männer mit Brustkrebs, ach du Scheiße, wobei die haben eine schlechte Prognose, also die haben keine gute Prognose, ja das sind wahrscheinlich auch die Männer. Gar nicht am Ohr am besten telefonieren, am besten mit Kopfhörer und am besten auch mit Kabelkopfhörern, nicht mit Bluetooth-Kopfhörern. Glaube ich ist besser auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, diese jungen Frauen, 21 bis 39 Jahre alt, okay, die haben, die kommen da in die Chirurgie und die haben praktisch Brustkrebs auf einer Seite und zwar der Brustkrebs, nicht nur ein Brustkrebs, sondern ganz viele Rechte Seite, wa? Multiforme, also ganz viele Brustkrebse separat. Am besten einfach live treffen. Ja das ist natürlich, wäre das Beste, ja. Und dann hat der Chirurg gedacht, ja logisch, also wenn jemand so jung ist, unter 40 und Brustkrebs hat, sicher ein familiärer, also genetischer Brustkrebs. Da haben die aber gesagt, nee die Oma und die Mutter hat keinen Brustkrebs gehabt. Dann haben sie gesagt, okay dann machen wir Gentest. Gentest BRC1, BRC2 war negativ, also keinen Genetik. Dann haben die dumm geguckt, die Ärzte, warum haben die jetzt mit 21 Brustkrebs? Dann haben sie festgestellt, zufällig, dass die so ein, wie heißt das? Nein, ja, im Prinzip so ein Sport-BH haben. Ja, 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 ja. Smartphonefach. Mit, Smartphonefach, ach so. Ach du Scheiße. Ja, sie lachen jetzt, aber das, hey, weißt du wie viele Mädels ich kenne, die ihr Smartphone so in die Tittis reinstecken, wenn die am Beach sind oder so? Gibt's schon. Das ist ja blöd. Und dann, dann rennen die halt rum und machen Fitness oder so und dann können sie halt ihre Profile angucken und die Herzrate und bla 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 und die haben das Ding halt dauernd an der Brust und genau unten drunter ist der Brustkrebsentscheidung und bei allen vier gleich. Krass. Ist publiziert. Allerdings ist der Krebszunahme seit dem zweiten, Ende des Zweiten Weltkrieges weltweit, das sind die Todesursachen von Krebs, weltweit. Das Gute ist, ich nehme mein Handy im Gym eigentlich, lege ich immer irgendwo hin, weil ich auch oft mir Motivationsvideos reinziehe und dann, wenn ich das Handy in den Taschen hätte, würde der alleine so Dings weiterklicken und so einen Scheiß. Weißt du, wie ich meine? Deswegen lege ich das Handy immer irgendwo hin, lasse die Videos laufen, habe meine Kopfhörer drin, aber ich habe halt Airpods. Scheiße. Das sind ganz viele Länder zusammen. Oh nein, das mache ich auch manchmal, siehst du? Poolt, gut publiziert hier auch, nimmt sozusagen zu, auch die Arbeitsunfähigkeit, größer als ein Jahr und wir sind mittlerweile, es geht ja nur bis 2000, geht es noch viel weiter hoch. Und so ist es so, dass auch die amerikanische Krebsgesellschaft nach dieser USA-Studie eben Folgendes gesagt hat, das ist der Chef hier von dieser amerikanischen Krebsgesellschaft, das ist eine sehr hoch angesehene, weltweit angesehene Gesellschaft, die sagt, okay, wir haben jetzt ein neues Bericht vom National Toxicology Program, hat 25 Millionen Dollar übrigens gekostet, die haben nicht gedacht, dass es krebserregend ist bei Tieren. Jenseits sagt er hier, es ist interessant festzustellen, dass frühe Studien zum Zusammenhang zwischen Lungenkrebs und Rauchen auf ähnlichen Widerstand stießen, da die damaligen theoretischen Argumente darauf hinwiesen, dass es keinen Zusammenhang geben könnte. Er sagt nämlich hier, dass es eben die Strahlung tatsächlich krebserregend ist. Punkt. Atemreport, ja gut, die machen DNA-Schäden und so weiter, können wir überspringen, dann aber auch, wenn Sie ein Schwangere sozusagen telefonieren, mit dem Handy, dann ist das Risiko, dass das Kind mit sieben Jahren verhaltensauffällig ist. Wow, Digga. Also Mädels, alle Mädels, die von mir schwanger werden, direkt wird das Handy weggenommen. So. Darf es dann einmal die Woche kurz eine Stunde am Handy sein, den Rest der Zeit lege ich dich irgendwo in Alufolie in den Dschungel rein. Alufolie einwickeln, in den Dschungel reinlegen, so. Essen bringe ab und zu. Ich schwöre es dir, Digga, krasse Scheiße, Alter, das ist ja crazy. Größer, und zwar schon 50% größer, als wenn sie in der Schwangerschaft nicht telefonieren. Wenn das Kind aber dann auch noch sozusagen später, wenn es sozusagen aus dem Bauch rausgekommen ist und auch noch Handy kriegt, was ja oft der Fall ist, dann ist es sogar zweifach erhöht, dass sie verhaltensauffällig sind. Große Studie dazu. Oh ja, und dann gibt es halt nur noch die Mobilfunkcenter, ist auch ein Kalamer. Es gibt verschiedene Sendemasten, ich picke nur eine raus. Es ist halt so, wenn sie in der Nähe von Mobilfunkmasten sind, und das ist gut publiziert, dann haben sie mehr Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Reizbarkeit, Unbeharrte Nervosität, depressive Anzeichen, Schlafstörungen, Gedächtnisstörungen und verminderte Libido. Da gehen sie halt zum Doktor, der sagt, ja, Schlafmittel, was haben sie? Schmerzen als Schmerzmittel, okay, Übelkeit, das ist gegen Übelkeit, Schwindel, gehen sie zum Neurologe, Nervosität, ja gut, da sind sie psychisch krank, gehen sie mal in die Psychiatrie, für meine Libido, da gibt es ja, was, nicht gesagt, Rälter, sondern das andere Zeug, wie heißt das? So ist es, Symptome werden bekämpft, aber keiner denkt mal darüber nach, was der tiefere Ursprung da sein könnte. Das ist halt die heutige Medizin leider. Libido, Viagra, genau. Da geht, also merken sie was, da geht die Industrie Hand in Hand, ne? Kleiner Schwurbler hier, der hat recht. Genau, andere Sendemaststudie hier, Selbit-Studie 2010, je näher sie am Sendemast sind, desto mehr der Person, Gelenkschmerzen, Schlafstrahlung, Herz-Kreislaufstellen. Oder auch ihre Neurotransmitter im Gehirn, also das heißt zum Beispiel das PEA-Phenol-Ethylamin, also nicht Palmythyl-Ethyl-Ethyl-Amin, das setzen wir als Wirkstoff ein in der Therapie, sondern ein Antidex. Aber auch wild, dass wenn man das angesprochen hat, ich habe es damals ja auch angesprochen, dass man direkt ein mieser Verschwörungsrecht der Nazi war, Digga, wenn man sagt, hier 5G und so ist gefährlich für die Menschen, dies, das, blablabla. Das ist so krass, Digga. Und dann guckst du dir Vorträge an von Leuten, die wirklich im Thema drin sind und dann siehst du, dass es definitiv einen Effekt auf uns Menschen hat. Und das ist eigentlich nichts Positives, das ist so. Vor allem, wer braucht den Scheiß? Wer braucht dieses 5G-Netz? Wer braucht denn das, Digga? 4G reicht total. 3G hat auch schon gereicht. Hauptsache, du hast ein bisschen Internet, kannst ein bisschen dein Ding machen, so. Mal dieses Hör schneller weiter und so, weißt du, ist übertrieben. Sobald der Sendemast angegangen ist, geht dieses Hormon bei allen Anwohnern runter. Und zwar innerhalb von 6 Monaten über praktisch 50% runter. Egal, ob es Kinder sind, ob es Kranken sind, ob es Gesunde sind, ob sie Übergewicht haben oder ob sie Armergaben haben. Bei allen geht es runter. Schon hart. Das ist nicht nur elektrosensible oder so, sondern das geht bei allen runter. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig, ist so. Dann die Krebssterblichkeit bei Mobilfunkbasisstationen ist auch eine Idee, als sie sind, desto größer ist die Sterblichkeit ein Krebs. Große Studie. Dann natürlich auch die Hirnschranke, Bluthirnschranke geht auf, gibt es schöne Filme dazu. Es ist nicht nur Selford, der mehrmals publiziert hat, sondern andere Studien, die das belegt haben. Ich weiß nicht, wie viele Daten brauchen wir noch, wenn man nur zwei Stunden telefoniert, hier Albumin rein sagt, das sollte nicht reinkommen ins Gehirn. Wie schützen dich diejenigen, die wissen, dass es schädlich ist? Also meiner Meinung nach, diejenigen, die wissen, dass es schädlich ist, also Menschen, denen bewusst ist, dass Strahlung einen Effekt auf deren Körper hat, die machen halt auch Detox davon, weißt du? Die umgeben sich nicht den ganzen Tag 24 Stunden mit Strahlungen. Die machen das, was ich mache, ziehen den WLAN-Router raus, die gehen mal barfuß raus, erden sich, weil wir sind elektromagnetische Wesen, die auf die Erde gehen müssen, um Ladungen loszuwerden. Und diese ganzen Sachen kannst du ja tun, weißt du? Das kann ja jeder tun. Und wenn du es weißt, dann machst du das. Hast du auch gesehen, Bill Gates, seine Kids dürfen bis 14 Jahre nicht mal ein Smartphone benutzen. Also der weiß auch ganz genau, was der da fabriziert teilweise, weißt du? Die sind auch wahrscheinlich nicht geimpft. Sollen sie Albumin im Gehirn haben? Dann die Rattenstudie von der Universität Leuven, das ist in Belgien, die haben festgestellt, wenn die... Ich umarme mittlerweile große, alte Bäume, wenn ich joggen war und das barfuß. Beste. Beste Leben, bro. Wenn die Tiere eine Stunde pro Tag bestrahlt werden mit Mobilfunk, dann haben sie praktisch eine 50% erhöhte Sterblichkeit. Auch nicht gut. Boah, das ist krass. Die Rinder, also gut, die Rinder gibt es ja auch noch. Wir können ja sagen, okay, wir sind auch so blöd wie Kühe, aber die Kühe sind halt auch da. Prof. Schlöscher hier, Chef vom Institut für Toxen und Pharmazie der Hochschule Hannover. Auswirkungen elektrischer Felder von Mobilfunkern auf Leistung, Gesundheit und Verhalten wie Landwirtschaft für Nutztiere. Ganz klar, die Tiere, die sind anders drauf. Und da gibt es auch von der Uni Zürich eine Rinderstudie, genau, Autoren schlussfolgern, die Rinder werden bestrahlt und es tut die Enzymaktivität im Blut verändern. Aber auch die Pflanzen kriegen ein Problem oder gibt es natürlich auch die verschiedenen Baum. Einer sagt, Bill Gates hat sogar in seinem Microsoft Headquarter Gebäude wie in den Büroräumen keine Strahlung, da er nicht so gerne kranke Mitarbeiter hat. Studien hier, Beobachtungsstudien von Helmut Bräunig auch, aber auch publiziert in verschiedenen anderen, dass Bäume, die sozusagen den Funk abkriegen, auf der Seite zuerst kaputt gehen und dann später halt auf der anderen Seite. Es sind keine Trockenheitsschäden hier, sondern es sind Mobilfunkschäden. Aber das wurde auch schon früher publiziert hier, ziemlich gut sogar, beziehungsweise die haben eine Zusammenfassung gemacht, hier 1986, Waldmann-Seelsam ist eine Ärztin auch und die haben eine schöne Zusammenfassung gemacht hier mit den Schäden. Wollen wir nicht haben und dann kommen die Bienen oder beziehungsweise Insekten sterben, ist auch ein großes Thema. Alle hacken jetzt auf den Pestiziden rum, ist auch recht so, aber die Pestizide, wie ich schon und es hat eben hier vor zehn Jahren im Prinzip Dr. Warnke, Topmann, einer der intelligentischen Menschen Bester Mann, Digga, Warnke, den Mann, Alter, ganz starker Dude, ganz starker Dude. habe ich hier in Europa schon rausgekriegt und er hat schon eine Doktorarbeit gemacht in den 70er Jahren, dass unter Hochspannungsmasten im Endeffekt die Bienen sich auch falsch verhalten. Okay, das ist wild. In den 70er Jahren, Digga, der Warnke ist echt schon, Alter, den habe ich immer angefragt für ein Interview, schon zweimal, glaube ich. Der ist so ein Kandidat, mit dem ich ultra gerne einen Talk machen würde. Brutal intelligenter Mann. Das haben wir im Endeffekt. Und jetzt kommt sozusagen das Neue, Es gibt ja Leute, die haben Amalgam oder sonstige Metalle im Mund. Es ist tatsächlich so, dass wenn sie Metalle im Mund haben oder irgendwo im Hirn und der Funk kommt hier reingebrettert, dann wirkt das wie eine Antenne und es verstärkt das Ganze und zwar um das 400 bis 700-fache. Oh shit. Die Strahlung. Das ist krass. Ich meine, wenn die Spermien kaputt gehen. Das ist so die normale Art von Füllung eigentlich, die man benutzt. Die billigste, glaube ich, auch, oder? Amalgam oder wie das heißt. Irgendwann was anderes kaputt, oder? Das ist ja so wie bei den Insekten. Also Professor Paul, wer kennt Professor Dr. Martin Paul, der Erfinder von den Calcium, also der hat zwei Sachen erfunden, sozusagen. Der weiß, das mit dem nitrosativen Stress, das ist praktisch die Endstrecke der Zelle, der nitrosativen Stress ist. Das ist sehr interessant und sehr gut. Das ist jetzt hier das Thema, Digga. Ich brauche auf jeden Fall Alufolie-Unterwäsche. Da hat der Philipp Bühr geschrieben, zum Beispiel Explaining Unexplaining Illness. 90er-Jahre-Füllung gibt es nicht mehr, meine ich. Doch, doch, Amalgam gibt es noch. Amalgam, Amalgam oder wie das heißt, das gibt es noch. Und das Zweite ist, er hat praktisch, er weiß, wie diese schwache Strahlung, die wir über Mobilfunk haben, die ist relativ schwach, also nicht ionisierend eben, gegenüber radioaktiver Strahlung, gefunden, warum die trotzdem schälerisch, und zwar das geht über die spannungsgesteuerten Calcium-Kanäle, das heißt, die gehen auf und dann strömt Calcium in die Zelle. Die Frage wäre auch, selbst wenn man kein Handy hat und selbst keine technischen Geräte benutzt, die Strahlung ist ja trotzdem vorhanden überall, oder? Das geht doch trotzdem durch einen durch, oder nicht. Vielleicht nicht so intensiv, aber die ist ja überall draußen, wenn du rausgehst, sehr unsichtbar. Durch diese schwache Strahlung und der hat ganz neu, also... Nein, Amalgam wird nicht mehr eingesetzt, weil es so schlimm ist. Ach krass, okay. 2018 schon, 5G als ernste Herausforderung rausgebracht, an alle Regierungen der Welt, also es gibt ja... Der lallt ein bisschen, der Cousin immer, die ganze Zeit, der hat keinen Bock zu reden, habe ich das Gefühl. Die versuchen da, die Regierungen, aber ich weiß nicht, wenn die Intelligenz bei denen... Ab 2025 sind Amalgam-Füllungen beim Zahnarzt verbunden, so will es die EU... Stimmt. Alter Schwede, krass. Erst ab 2025? Die werden aber schon länger nicht mehr empfohlen, glaube ich. Das ist so, wie wenn man in ihrer Haus was über gesunde Ernährung erzählt. Auf jeden Fall, als Zusammenfassung, finde ich es sehr interessant. Finde ich es sehr interessant. Der hat sich ein paar Mutschnäppchen reingejagt vor dem Vortrag. Mäßig. Heiko, was geht, Bro, alles gut? Das Folgendes, er sagt halt, also diese spannungsgesteuerten Kanäle und so weiter. Das ist ein spannungsgesteuertes Kanäle und so weiter. Ganz kurz, ich ziehe Auszug. Ich gehe davon aus, dass die Fortpflanzung der Menschheit einen jähen Absturz erleben wird. So wie das in der Mäusestudie von Makras und Xenos beobachtet wurde. Nach meinen Schätzungen wird dieser Fall bereits innerhalb von etwa fünf Jahren eintreten. Das wäre 2023. Und zwar ohne, dass ich unsere Exposition in irgendeiner Weise dafür erhöhen müsste. Die 4G- und 5G-Mobilfunknetze werden die ganze Angelegenheit jedoch noch verschlimmern. Außerdem gehe ich davon aus, dass der bereits zu beobachtende Abbau der Hirnfunktionen unseren Untergang besiegeln wird, wenn wir nicht schnell und entschlossen handeln. Unsere kollektive Hirnfunktion wird mir möglich die Fähigkeit verlieren, mit einer Krise diesen Ausmaßes umzugehen. Oh shit. Krasse Prognose. Sieht man in der heutigen Welt, wie ich schon gesagt habe, wir verstehen uns nicht mehr richtig, wir wissen nicht mehr, was Geschlechter sind. Wir haben bei ganz vielen Sachen einfach den logischen Menschenverstand gefühlt verloren. Vielleicht liegt es daran, mein lieben Freund, das ist eine Theorie, aber man weiß nie. Geburtenrate geht runter. Könnte alles auf jeden Fall auch ein Effekt davon sein. War auf jeden Fall eine miese Recherche hier. Sehen wir ja schon im Bundestag. So, geiler Vortrag. Wir haben uns jetzt nicht den ganzen Vortrag reingezogen, das ist nur so ein Ausschnitt aus dem Vortrag, aber sehr, sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Schreibt mir eure Gedanken dazu unten in die Kommentare. Da würde mich interessieren, ob ihr euch damit schon beschäftigt habt, was ihr dazu sagt. Und ja, Alter, schön, wie ich das schon gesagt habe, ich würde jedem empfehlen, auf jeden Fall vorm Schlafen gehen ein Handy auszumachen, WLAN-Router rauszuziehen, so viel wie möglich elektrische Geräte einfach komplett zu entkoppeln, sodass nicht mehr so viel Aufladung in eurem Schlafzimmer oder in eurer Wohnung ist, dass ihr da ein bisschen runterkommt und dann schön mal barfuß rausgehen, spazieren, mal schön einen Baum umarmen, mal ein bisschen Ladungen loswerden. Sehr, sehr wichtig, glaube ich. Da glaube ich auf jeden Fall dran. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Oh, 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 oh. 5G, Amalgam, etc. Und wenn man noch geboostert ist, strahlt man noch heller. So. Da bist du aber wortwörtlich ein Glühwürmchen, Digi. Es hilft auch gut zu lüften vor dem Schlafen gegen Elektrosmog. So. Lüfte den, Mann, Alter.